Ja, ich habe jetzt vor kurzem, oder wir vielmehr, haben die Sport Innovations Decke, in diesem Fall ist es die Serie Pro Series 3 in 1, ausprobiert und sind wirklich ganz begeistert. Diese Decke, Joschi, finde sie auch super, passt ausnahmsweise mal auch für ein großes Pferd. Es ist wunderbar, weil sie drei Funktionen in einer hat, nämlich die Massagefunktion, die Magnetfeldfunktion und tatsächlich auch noch eine Wärmefunktion. Und ich bin ja sonst immer schon mal ein bisschen skeptisch, aber ich habe wirklich bei den Pferden, bei den meisten Pferden wirklich auch gemerkt, dass es eine entsprechende positive Einwirkung ist, dass die Pferde einfach lockerer sind und entspannter und wirklich schon eine gewisse Durchblutung erfahren haben, wenn ich die Decke drauf gehabt habe. Bis zum nächsten Mal.